Moin, Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Bridge Construc... ...irgendwas. Wir spielen heute den Kronen-Level. Baue eine Brücke für König Haralds heimliches Treffen. Uuuuh! Schnachsel, Schnachsel! Gib nicht mehr als 30.000 aus. Baumeister, ich muss Lady Schmotterfink einen Besuch abstatten. Es muss allerdings nicht jeder wissen. Mhm, wenn sie wissen, was ich meine. So ein bisschen... Ja, wir werden ein bisschen herumschmottern. Darum bauen wir eine Brücke auf dem Weg hinter dem Schloss. Erwendet nur Holz und Seil, sonst merkt der Lagermeister etwas. Okay, wir müssen also eine Billo-Brücke bauen aus Schrott. Klick, 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 klick. Klick. So. Okay, das heißt, wir dürfen tatsächlich nur Schrott verwenden für diese Brücke. Toll. Wer muss da rüber? Muss dann nur der König rüber, der fette? Ja, nur der... Nur der fette König muss rüber, der hat die Brücke einem angefurzt und sie ist explodiert. Ja, genau, TVM-Talk. Sonst geht's gut, oder? So, bauen wir hier einfach mal ein bisschen, äh... Nein. So, bauen wir... Ah, das geht noch nicht. Bitte, bitte... Hält das? Ja, das hält den König aus. So fett ist der jetzt auch nicht. Aber wir haben noch Seil übrig. So. Das ist so spannend. So spannend. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es voll unspannend. Und... Es ist quasi un... 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 Bäh... Bäh... Knauze. So. Der muss hier halten. Hehe. Der muss hier halten. Und der muss da halten. Und... Äh... Ups. Da hab ich was vergessen. Und dem zu dem. Damit der hält. Na, mal sehen, ob das hält. Dann kann ich nicht bei dem hier auch das obere... Mist. Hehe. Ich dachte schon, es hält. Och, Menno! Kann er wohl nicht angehen. Muss ja schließlich nur ein kleiner fetter König rüber. Machen wir's nochmal... Denken wir nochmal anders. Also... So. Müssen wir kleiner bauen. Weil hier geht nicht. Aber hier müsste gehen. Ja, das geht. So. Dementsprechend kleiner bauen. Mal gucken. Ja, das hält. Dann können wir hier ein Seilchen rüberziehen. Und... Hier ein Seilchen. Und... Hier ein Seilchen. Und... Hier ein Seil. Nein, die Konstruktion hält irgendwie nicht. Aus unerfindlichen Gründen, die ich mir nicht erklären kann. Weiß ich nicht, warum das nicht hält. Vielleicht muss ich's so bauen. Hm, Mist. Vielleicht... Vielleicht muss ich ja auch die Seite hier noch mit dem Seil befestigen. Ich würd sagen... Hm. Vielleicht sollte ich auf der anderen Seite dasselbe bauen. Weil, äh, so einseitig eine Brücke zu stützen könnte vielleicht ein bisschen... Naja... Vielleicht ein bisschen suboptimal sein. So. Und dann können wir im Nachhinein nochmal gucken, wo wir die Seile weg optimieren können. Also das Seil geht bis hier. Und hier geht auch ein Seil nach oben. Von hier geht ein Seil nach da. Und von hier geht ein Seil nach da. So. Jetzt geht der auch nicht mehr sofort kaputt. Juhu! Der geht erst gleich kaputt. Da. Okay, schneller! König, schneller! Schneller, 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 schneller! Nein. Gut. Das Ding ist also zu... zu instabil. Tja, wie machen wir das stabiler? Können wir vielleicht noch ein Seil hier dran machen? Einfach noch ein Seil hier dran machen. Und da dran noch ein Seil. Und da noch ein Seil. Und hier noch ein Seil. Und da noch. Es ist nur diese eine dämliche Strebe, die nicht hält. Okay, er ist schon fast rüber. Weiter, 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 weiter! Schneller, schneller, schneller! Och, Menno. Direkt bevor er ankommt, bricht diese Brücke da kaputt. Dämliche, blöde Mistbrücke. Kannst du mich mal an meinem blanken? Okay. Hm. 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 Hm, das ist jetzt nur ein Test. Weil ich jetzt quasi das Ganze auf zwei Stützpfeiler bringe. Eigentlich müsste ich das Seil dann an den vorderen hängen und nicht mehr an den hinteren. Weil ich ziehe ja jetzt immer noch am falschen. Aber es scheint zu halten auf der einen Seite. Äh. Schneller König, schneller König, schneller König! Nein, nein, nein! Och, Menno. Nee. Hat irgendwie nicht gehalten. Muss ich das hier auch noch machen? Ah, dann bin ich drüber. Gut, testen wir das mal mit den Seilen hier dran. Und die Seile eben auch da dran. So, das ist fürs Mittelalter eine recht moderne Brückenkonstruktion, muss ich mal anmerken. Wo die Last auf zwei Pfeiler verteilt wird. Hm, ich bin klug! Hier, das geht kaputt auf der einen Seite. Also auf der anderen Seite rechne ich ja damit, dass es kaputt geht. Hält. Ja. Ich würde mal sagen, das ist ein Erfolg. Wir haben sogar noch 600 Schäkel eingespart. Dementsprechend, ratsching, haben wir den hier mit 8 von 8 Krönchen abgeschlossen. Ding! Gut, ich würde sagen, später gucken wir nochmal bei Level 1 rein. Jetzt gehen wir erstmal zu Level 3. Sire, eure Großstückigkeit hat dich bezahlt gemacht. All ihre nobelen Freunde sind der Allianz beigetreten. Immer gut versichert. Sehr gut, dann endlich auf in den Kampf! Ne, das geht aber immer noch nicht, Sire. WTF, warum? Naja, wir haben zwar Verbündete, doch sind die Urks mächtige Gegner. Um gegen sie zu kämpfen, müssen wir gut vorbereitet sein. Wir brauchen mehr Nahrung für eine mögliche Belagerung. Mehr Baumaterial für die Verteidigungsanlagen. Und natürlich Truppen, Kriegsgeräte und Waffen. Das ist gleich eine ganze Hand voll Zeug. Naja, dann schafft diese Dinge herbei! Es eilt! Der Feind schläft nicht! Jawohl, Sire! Mächtiger Rork! Ich bringe erneut Nachricht von unseren Spähern! Haben sich die Würmer wieder in ihren Löchern verkrochen? Hahaha! Äh, nein! Oh, allwütender! Vielmehr trotzen sie jetzt unseren Angriffen, indem sie ihre Brücken verstärken und mit stabilen Dächern schützen! Was?! Und König Harald hat nun anscheinend Verbündete. Nicht nur Vorrede, sondern auch Truppen und allerlei Kriegsgerät werden herangekarrt. Die Tomaten werden aufmüpfig! Schickt ein paar Banden los, die noch in der Gegend sind! Das wird sie lehren, dass wir keine Armee brauchen, um sie zu zerquetschen wie Fliegen an der Wand! Nur zu gern, eurer Hochwohlen durchtrieben! Das wird sie lehren! Hehehehe! Gut, ich sollte vielleicht auf meinen Blutdruck achten. Ganz ruhig, TBM-Zock, ganz ruhig! Uh, mir ist ganz warm geworden. Das wird mir sonst nur, wenn, äh, Frauen Brüste zeigen. Lasse mindestens einen Feinde... Warte, lasse mindestens eins Feinde in die Schlucht stürzen, vernichte zwei Feinde. Äh, wie jetzt? Oh nein, eine Bande von Urks ist auf dem Weg, unser Konvoi zu überfallen! Hm, die sollen nur kommen und ihr blaues Wunder erleben! Naja, unsere Truppen sind in Urks noch nicht ergewachsen. Wir riskieren vorzeitig Verluste. Wir brauchen eine Falle! Baumeister, konstruiert auf dem Weg der Urks eine Brücke, die einbricht, wenn die Urks drauf sind! Ihr dürft allerdings nicht einfach nur ein Loch hineinbauen! Dann werden sie umkehren und einen anderen Weg nehmen! Unser Schicksal liegt in euren Händen, Baumeister! Lasst euch eine Konstruktion einfallen, die möglichst viele von ihnen in den Abgrund stürzen lässt! Das ist jetzt wiederum eine neue Komponente bei dem Spiel, was ich bei anderen Brückenbausimulationen noch nicht hatte! Also die Entwickler von diesem Spiel haben sich echt eine Menge überlegt! Soll heißen, jetzt bauen wir hier quasi eine Brücke! Aha! Gut, okay! Wir müssen aber zwei Feinde vernichten! Das heißt, wir müssen da vielleicht noch ein bisschen was dran bauen! Zum Beispiel... Ich glaube, da müssen wir ein bisschen verstärken! Vielleicht ist das stabiler! Mal schauen, ob das jetzt stabiler ist! Nein, das ist nicht stabil genug! Nein, verbessern! Nicht stabil genug! Das muss stabiler werden! Den muss ich in die Richtung bauen! Und dann den vielleicht in die Richtung! Schauen wir mal, ob das besser hält! Weil spätestens wenn einer in der Mitte ist, bricht das Ding zusammen! Okay, zwei! King's Choice! Neuer Erfolg! Wir haben zwei Gefeinde vernichtet! Und können weitermachen! Uh, nächster Level! Da haben wir sogar noch 5 Minuten Zeit für heute! Baue eine Brücke, um die Truppen zur Burg zu führen! Gib nicht mehr als 27.000 Schäkel aus! Uh, 27.000 Schenkel! Ah, oh! Küchen-Schenkel! Gut! Das könnten natürlich auch Schenkel von Holden Meiden sein! Holden Meiden? Was rede ich denn da für den Scheiß? Mal sehen, was haben wir denn? Ach... Hier unten gibt's ja nix! Uh, 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 uh! Geiler Parallax-Effekt im Hintergrund! Uh, 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 uh! Frag mich gerade, ob das echt 3D oder 2D ist, der Hintergrund! Ne, ist 3D, oder? Weil es sieht so ein bisschen aus, als wäre das einfach nur hier so eine Baum... äh... Baumpappe mit so einem Stützpfeiler hinten dran, hier eine Baumpappe und da eine Baumpappe und da eine Bergpappe! Egal! Ich rede Schwachsinn! Aber dafür liebt ihr mich, das weiß ich doch! So! Gut, was sollen wir hier machen? Wir sollen hier eine... Ähm... Okay, hier können wir also sowas bauen... Gut! Jetzt sind wir budgetmäßig schon drüber! Gleich! Das heißt, das wird nicht die Lösung... Ups! Sag mal, willst du mich verarschen? Na... Na... So, dann gucken wir mal, was wir hier so ausrichten können! So, und noch ein Seil! Von hier dann 1... 2... Und 3 Seile! So! Das sieht doch sehr stabil aus, würde ich sagen! Und diese Steindinger, die sehen auch gar nicht aus, als würden sie kaputt gehen! Na? Na Mist! Okay, vielleicht brauchen wir noch ein Seil mehr! So... und... So... Das muss jetzt aber doch halten! Jetzt haben wir quasi von beiden Seiten stabile Seile! Das kann doch gar nicht schief gehen! Na? 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 Sieht aus, als würde es halten! Okay! Wir sind im Budget geblieben und haben eine super Brücke gebaut! Ach! Ja! Ich bin ganz stolz auf mich! Leider habe ich dafür keine 5 Minuten gebraucht! Das heißt... In diese Folge passt noch eine weitere Brücke hinein! Ich hoffe, das ist keine komplizierte Brücke! Bau eine Brücke, um die Vorräte zur Burg zu bringen! Gib nicht mehr als 53.000 Schenkel aus! Gut, klar! Also ich bin quasi der Brückenbaumeister! Ich habe noch nie mehr als 35 Schenkel für irgendwas ausgegeben! Schließlich das Baris Geld! Geldi Geld Geld! Cash! So! Fertig! So! Ja! Die Billobrücke hier! Wir müssen auch kein Dach drüber bauen! Das heißt, das ist super! Können wir hier... Einfach so billig weiterbauen! Das hier brauche ich zwar im Endeffekt nicht, was ich da jetzt gebaut habe, aber... Gucken wir mal! Oh oh! Das sieht schwer aus, was da jetzt kommt! Mal sehen! Der Anfang wird halten und das Ding hier wird irgendwo brechen! Oh oh! Gut! Dann bauen wir hier einfach mal einen Kruppstamm ein! Fertig! So! Das muss jetzt halten! Das kann gar nichts anderes als halten! Ich meine, das ist quasi die Billobrücke, die im Endeffekt... Ne? 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 Oh oh! Gut! War das der? Wir müssen weit unter Budget bleiben! Ihr habt kein Geld! Wir haben doch keine... Wir haben doch keine Schenkel! Schenkel sind knapp! Es ist schließlich Krieg! Dann muss man jeden Schenkel sparen! So! Oh oh! Das war nicht so gut! Der ist kaputt gegangen! Das war... Subgut, würde ich sagen! Versuchen wir einfach den hier oben ein bisschen zu verstärken! Jetzt müsste er ja quasi richtig hardcore drauf sein! Das Brückending! Mal sehen! Galoppel, Galoppel! Das färbt sich rot! Immer röter! Ups! Ups! Nicht so gut! Ein Seil können wir da auch schlecht irgendwie anbringen! Das heißt, der hier muss irgendwie anders! Der muss verstärkt werden! So! Das... Das hält doch bestimmt! Das ist die bekannte V-Konstruktion! Die für ihre Härte und Ausdauer bekannt ist! Wer kennt sie nicht? Das ist quasi wie der Schenkel einer Frau! Der ist auch für Härte und Ausdauer bekannt! Je nachdem, welche Frau du triffst! Gut, der hält nicht! Ja, ähm... Okay! Das hier hält also jetzt! Gut! Das habe ich mir auch so gedacht, dass es jetzt hält, weil das war auch so geplant! Aber jetzt muss ich im Endeffekt hier irgendwo... So! Das haben wir doch perfekt verstärkt! Perfekt, da geht es gar nicht! Das wird bestimmt halten! Und ich sehe schon jetzt wieder, dass wir jetzt schon wahrscheinlich wieder Überzeit haben bei diesem Level! Bitte halte! Bitte halte! Komm schon, halte! 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 Schneller! 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 Nein! Mist! Hat jemand gesehen, welcher zuerst kaputt gegangen ist? War es der oder der? Müssen wir nochmal reinschauen? Reinschauen? Reinschauen! Müssen wir nochmal reinschauen? So im Sinne von... Was sagte der Gynäkologe zur Dame, äh... So im Sinne von... Oh, tut mir leid! Ich habe nur einen flüchtigen Blick geworfen! Ich möchte da nochmal reinschauen, um genau sicherzustellen, dass auch alles am rechten Fleck sitzt! Mhm! Ja, ja! Das ist doch alles am rechten Fleck sitzt! Kann ich den da hinbauen? Ja, kann ich! Kann ich mir leisten! Haha! Können wir uns leisten! Langsam ist die Brücke irgendwie so ein Flickwerk! Wobei, ich könnte da einige Baumstämme wieder austauschen, die ich da oben versehentlich verbaut habe! So, mal sehen, ob das hält! Der da bricht wahrscheinlich gleich! Komm schon, halte! 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 Ja! Wieder mal die Sollbruchstelle! Dementsprechend... Ratsching! 250... Wow! Wir sind 3.250 drunter geblieben! Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen wieder! Ich sage Tschüß! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017